Ja, kommt er. Okay, wir kommen auch noch dazu. Anders, jetzt geht's in die Lüfte. Jetzt geht's in die Lüfte. Ich muss nur schauen, dass wir den Hubschrauber noch nicht dahinter... Achso, ja. Das muss er durchdanken. Also, es schaut so aus. Okay. So, danke. Also, das ist die Überraschung. Es ist Maria Himmelfort, es ist Weizberg Himmelfort mit Piloten Wagner. Und wir wünschen euch einen guten Flug rund um die Stadt Weiz, rund um den Weizberg von Obbetrachte. Der Däckens oder Fotofahrer wird, macht schöne Fotos. Sollte es länger sein, wie vereinfacht, bitte, wenn die Herrschaft, das wohl der Däckens oder der Däckens, dann tun wir das einfach. Ja, ich mein Gott. Herr Klub hat mir ein bisschen besser. Ich muss nur sagen, ob ich an dem Schalb versuchen kann, Aber jetzt will ich den Herrn Bescheid versuchen, ich glaube, ich glaube, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.